Norddeutscher Rundfunk 2021 Mmmh, lecker Currywurst. Die schmeckt eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Aber das hier ist keine normale Currywurst. Da ist nämlich kein Fleisch drin, sondern diese glibbrigen, fiesen, braunen Alben. Ich bin gespannt, ob die Leute bereit sind, das mal zu probieren. Hallo! Hallo! Würden Sie das mal probieren? Nee, danke! Möchten Sie vielleicht ein Stückchen Algenbrat? Ach nee! Algen-Currywurst? Ich bin jetzt skeptisch. Neues Konzept, gell? Kann man sich dran gewöhnen? Schlecht schmeckt das Wett. Hätte ich nicht gedacht, aber es ist ganz okay. Ne, schmeckt mir gar nicht und schmeckt mir auch nicht wie du wusst. Und warum traut sich die Mama eigentlich nicht? Nee, ich bin eher für richtige Bratwurst. Danke! Können Sie sich das in der Küche vorstellen? Ich kann mir das vorstellen, aber meine Mama nicht. Und? Es ist gut, schmeckt mir. Schmeckt nicht schlecht. Schmeckt wirklich nicht schlecht. Oh, da nehme ich auch gerade noch eins. Schmeckt nicht nach Algen. Also es schmeckt gar nicht so nach Wurst. Weit weg von Wurst, aber lecker. So gut wie ihm hier hat es heute noch keinem geschmeckt. Aber doch, die meisten haben irgendwie alle mal probiert zumindest. Und bevor hier gleich noch das letzte Stückchen weg ist, sichere ich mir auch noch mal eins. Gar nicht so schlecht. Ja, so sehen die Algen aus, bevor sie verwurstet werden. Aber das ist nur eine Algenart von sehr, sehr vielen. Und den richtigen Überblick hat natürlich unser Gast. Herzlich willkommen, Prof. Peter Kroth, Biologe an der Uni Konstanz und leidenschaftlicher Algenforscher. Also beruflich sind Algen ihre Leidenschaft. Wie sieht es aus mit dem kulinarischen Aspekt? Geht da auch die Liebe durch den Magen? Und sie stürzen sich auf Algen? Ja, unbedingt. Also Algen sind natürlich ein ganz tolles Lebensmittel, das man da in vielen Lebensmitteln auch mit reinbaut letztendlich. Und hier so in der Wurst, warum nicht? Es gibt natürlich einen gewissen Extra-Geschmack. Und von daher finde ich so eine tolle Sache. Das geht natürlich nicht mit jeder Alge. Wie viele Algenarten gibt es denn überhaupt? Der Begriff Alge an sich ist ein sehr vager Begriff. Weil der beinhaltet sowohl die Zuanebakterien, die Bakterien sind, wie eben alle anderen Algen, die noch mit reinpacken. Man sagt also, im Endeffekt sind alles das Algen, die primär im Meer leben, im Wasser leben und Photosynthese betreiben. Und an Arten schätzt man so 30.000 bis 40.000 verschiedene Arten. Wobei es sicherlich noch viele gibt, die man noch gar nicht kennt. Also an Land gibt es auch Algen, aber die bezeichnet man dann nicht so? Doch, die sind auch. Die sind dann sekundär quasi an Land und leben dann dort. Also sicherlich jedem schon mal begegnet an Häuserwänden zum Beispiel, die so ergrünen oder auf Dächern und so weiter. Also auch da gibt es viele Algen, die auch an Land leben und dann dort das bisschen Wasser, das sie zur Verfügung haben, entsprechend nutzen. Kommen wir auf jeden Fall noch darauf zu sprechen. Auch darauf, wo überhaupt Alge drin versteckt ist, wo man so gar nicht dran denkt in den alltäglichen Produkten. Aber vielleicht vorhin nochmal die Frage, da es ja keine Wurstalge gibt, welche Alge eignet sich denn besonders gut, um Wurst zu imitieren? Oder welche war da in diesen Currywürsten zum Beispiel? Naja, in den Currywürsten, das waren natürlich schon Würste, in denen man Algen zugesetzt hat. Das heißt, in dem Fall hat man ein Stückchen von Algen da mit reingepackt. Also das wäre hier zum Beispiel, so eine Braunalge könnte man nehmen, in kleinen Stücken und dazu packen. Ein Kollege von mir in Frankreich ist jetzt, hat damit angefangen, ein Rezept für einen Rübli-Kuchen, einen Schweizer Rübli-Kuchen zu nehmen und dann dort Algenstücke mit reinzubacken. Also er ist Wissenschaftler in Frankreich, in der Bretagne und hat sich da mit einem lokalen Bäcker zusammengesetzt und hat dann dann ein Rezept entwickelt. Und jetzt steht er samstags auf dem Markt und verkauft Algenkuchen und der geht relativ gut weg, wie man hört. Also das ist dann tatsächlich wegen des Geschmacks? Genau, es kommt zusätzlicher Geschmack hinein. Man sagt häufig bei Algen, das schmeckt so ein bisschen nach Fisch irgendwo. Aber eigentlich müsste man sagen, der Fisch oder die... Der Fisch schmeckt eigentlich nach Alge, weil letztendlich die Fische Algen fressen und damit eben vor allem auch die Fettsäuren aufnehmen und so weiter, die dann letztendlich den Geschmack ausmachen. Das kann ich mir total gut vorstellen. Dazu eine schöne Portion Schlagsahne und einen Kaffee, wenn es in Kuchenform vorliegt. Toll. Wir haben seinerzeit mal einen der Pioniere auf dem Gebiet des Wurstmachens aus Alge oder mit Alge besucht. Er hat sich seine Wurst sogar patentieren lassen. Was da vor sich hin köchelt, sieht verdammt gesund aus. Algen. Und wenn es nach diesem Mann ginge, dann wären die im Norden längst das Grundnahrungsmittel Nummer eins. Er weiß, Algen enthalten jede Menge Jod und Selen. Und dann ist da noch was. Ich mag den Salzwassergeruch, den Nordseegeruch. Man fühlt sich, als wenn man an der Nordsee oder an der Ostsee ist. Und das ist einfach für mich unschlagbar. Lange hat Remi Böttcher rumprobiert, um die Vorzüge der Alge dem Otto-Normalverbraucher näher zu bringen. Toll wie immer. Hierzulande sind Algen nur was für Kenner. Geht nichts über Meereseigen. In jeder Form. Nur, wie bringt man Norddeutsche dazu, so was zu essen? Beim Wurstschneiden kam ihm die Idee. Würstchen, ein typisch deutsches Produkt. Würstchen, die kennt jeder. Allerdings, gesund ernähren kann man sich damit wohl kaum. Fettig, salzig, aber ... Verdammt, jeder isst Würstchen. Jeder mag Bratwurst, Wienerwurst, Currywurst. Versuch doch einfach mal ein Produkt herzustellen, wo die Meeresalge untergebracht wird. Warum also nicht einfach aus Algen eine gesunde Wurst herstellen? Eine Algenwurst. Acht Jahre lang wurde Böttchers Küche zur Versuchsküche, auf der Suche nach einer Rezeptur für Algenwurst. Dann war es soweit. Die ersten Algenwürste gingen in Produktion. Seine langgereifte Idee setzte er gemeinsam mit Fleischermeister Heiko Meier aus Bispingen in die Tat um. Mit einer herkömmlichen Bratwurst hat Böttchers Algenwurst wenig gemein. Statt Fleisch enthält sie Getreide, Gewürze und eben Algen. Tja, inzwischen ist das auch gar nicht so exotisch mehr. Von Ihrem Rübli-Kuchen oder Ihrem Kumpel haben Sie schon erzählt. Was gibt es denn noch so an Algen, was man essen kann? Naja, also in der asiatischen Küche kann man die Algen sicher gar nicht mehr wegdenken. Da ist es ja schon sehr, sehr lange, also auch ein Grundbestandteil häufig als Gemüse. Oder viele kennen natürlich auch mittlerweile Sushi, was ja so einen Eroberungszug durch die Welt gezogen hat, sodass es jeder kennt. Das sind im Endeffekt also diese grünen Matten, die da außen herum sind um das Sushi. Das sind im Endeffekt auch Rotalgen, die dann da verwendet werden. Also es sind sehr viele Lebensmittel, die so langsam auch eben nach Europa schwappen und genutzt werden. Vor allem in Frankreich wird es sehr häufig genutzt. In der Wurst war der Gesundheitseffekt vielleicht nicht so groß. Aber ansonsten sind Algen doch eigentlich sehr gesund, weil sie sehr nährstoffreich sind? Naja, ich würde sagen, Algen haben nicht allzu viel mehr Nährstoffe als normales Gemüse, das man zu sich nimmt. Von daher muss man jetzt nicht unbedingt auf Algen ausweichen, um mehr Nährstoffe zu sich zu nehmen. In manchen Fällen kann es auch durchaus kritisch sein, wenn man zu viel von Algen zu sich nimmt. Gerade viele Braunalgen akkumulieren Jod in größeren Mengen. Das heißt, wenn man davon zu viel essen würde, könnte man unter Umständen Probleme mit der Schilddrüse bekommen. Aber dafür müsste man schon eine ganze Menge von essen. Aber es gibt doch einen anderen gesundheitlichen Aspekt, nämlich das Algen entgiften, oder? Auch das ist nicht wirklich bewiesen. Also da gibt es relativ wenig wirklich Nachweise, dass das wirklich hilfreich ist. Aha. Und wie sieht es aus mit Umweltgiften? Sind Algen besonders belastet? Umweltgifte, das hängt natürlich davon ab, wo die Algen geerntet werden. Das heißt, wenn bestimmte Gebiete, in denen sie geerntet werden, entsprechend belastet sind, dann ist das natürlich ein Problem. Da denke ich vor allem jetzt im japanischen Bereich, in Fukushima und dergleichen, wo halt in bestimmten Meeres-Küstenabschnitten einfach sehr viel zum Teil radiokriebe Substanzen vorliegen, die dann natürlich eingebaut werden und die dann natürlich das belasten dort. Das heißt, dort könnte man auf keinen oder sollte man auf keinen Fall natürlich entsprechend Algen ernten. Also das Schwierige ist natürlich, dass es da keinen Barcode gibt oder keinen Stempel. Das heißt, man weiß nicht, wenn man solche Algen kauft, wo sind die jetzt eigentlich her? Ganz genau. Es gibt viele Produkte, auch Nahrungsergänzungsmittel, die man im Internet kaufen kann. Das sind häufig Produkte, die heißen Spirulina oder Chlorella. Das sind halt Algen, die man häufig draußen geerntet hat. Das heißt also in Seen oder in Tümpeln. Damit die dort schön wachsen, nimmt man natürlich Seen, die entsprechend nährstoffreich sind. Und das heißt auch, es kommen halt häufig auch in solchen Seen auch toxische Cyanobakterien vor, die also Gifte produzieren. Das heißt, man ist nie hundertprozentig sicher, ob jetzt solche Produkte, die man dann erworben hat, dann auch frei sind von Toxinen oder Giften. Auch nicht, wenn man die in der Apotheke kauft. Ich habe nämlich noch eines ganz viele davon gekauft. Der Zuschauer wird es sicherlich bemerkt haben, dass du auch ein privates Interesse an diesem Thema hast, Birgit. Also es hängt natürlich davon ab, dass man weiß, wo die Produkte herkommen. Es gibt auch viele Produkte, die eben gezüchtet werden in entsprechenden Bioreaktoren, wo man zumindest davon ausgehen kann, dass keine anderen Produkte mit drin sind. Aber vieles, wie gesagt, wird auch über das Internet verkauft und da ist die Herkunft häufig recht unklar. Wenn Sie in Ihrem Leben auch schon in Berührung gekommen sind mit Algen, wie meine charmante Kollegin Frau Klaus, dann würden wir das gerne wissen. Und dafür eignet sich Facebook ja immer ganz gut. Deshalb schreiben Sie uns doch, in welcher Form Sie Algen bisher schon mal erfahren haben. Ob Sie zum Beispiel Algenrezepte haben. Wir haben von dem Rüblikkuchen gehört. Vielleicht hat ja jemand von Ihnen auch mal eine Schwarzwälder Kirschtorte mit Algen versucht oder so. Wer weiß. Also schreiben Sie uns ruhig mal gerne die Rezepte auf Facebook posten und verlinken. Da sind wir ja präsent. So, und jetzt gucken wir uns mal an. Ich hatte vorhin gesagt, viele Produkte, die wir täglich zu uns nehmen, dann denken wir gar nicht dran, dass da vielleicht sogar Algen drin sein könnten. Hier haben wir ein paar aufgebaut. Und wir gucken uns das mal an. Und Sie müssen uns sagen, in welcher Form wir die Alge hier drin finden. Also hier haben wir zum Beispiel mal Sahne. Ist jetzt, also wäre mir jetzt nicht so geläufig, dass da Alge drin ist. Ja, zum Teil wird da für die Festigung Carrageen zum Beispiel zugegeben. Also viele Produkte, die ursprünglich mal Gelatine enthalten haben, wo man Gelatine dazu gegeben hat, die, da wird die Gelatine häufig ersetzt mittlerweile durch Algenprodukte, in dem Fall hier Carrageen. Also Gelatine, sorry. Ja, nee, erzählen Sie ruhig weiter. Orangensaft wollte ich. Ich wollte so langsam mich über das Frühstück am Tagesbeginn... Auch hier für die Klärung oder Filterung kann man entsprechende Algenprodukte nehmen. Also eben zum Beispiel auch wieder Carrageen oder eben auch über Kieselgur filtrieren oder... Marmelade, weiter in der Frühstücksreihenfolge? Auch zum Gelieren. Üblicherweise ist in Marmelade ja vor allem Pektine drin. Da kann man aber auch zum Beispiel Algenprodukte verwenden. Ja, nach dem Frühstück putze ich mir immer die Zähne, da haben wir die Zahnpasta und schwupps, schon wieder Alge? Ja, heutzutage weniger. Früher hat man da wirklich tatsächlich Kieselschalen reingetan von Kieselalgen als Scheuermittel letztendlich. Also heutzutage ist immer noch Silikat drin, aber das ist dann häufig auch künstlich produziertes Silikat. Aber früher hat man da wirklich Kieselschalen für verwendet. Dann creme ich mir für gewöhnlich mein Gesicht ein. Gesichtscreme? Ja, ja, auch Geliermittel verschiedener Art hier auch. Ja, dann nehme ich meine zwei bis drei Pillen, damit ich diese Sendung durchstehe. Also auch da in der Hülle der Pillen. Die Hülle, genau. Die Schale, die besteht dann auch aus Agarosen und Agar, die dann sich auflösen. Dann rasiere ich mich? Rasierschaum? Genau, das gleiche wieder hier Geliermittel, die dann eben entsprechend da für die Stabilität sorgen. Und je nachdem, welche Sendung ich an dem Tag moderiere, trage ich dann noch Lippenstift auf? Auch da sind Algenprodukte drin. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was da drin ist, aber würde ich annehmen. Ja. Also Sie sehen, Algen sind vielseitig einsetzbar und Sie haben noch eine weitere tolle Eigenschaft. Algen gehören zu den ältesten pflanzlichen Organismen der Erde. Besonders beeindruckend ist ihre hohe Produktivität. Wie keine andere Pflanze schafft sie es, Nährstoffe in kürzester Zeit in Biomasse umzusetzen. Und die Alge ist ein hoher Eiweißproduzent. Ein Vergleich? Während die produktivsten Algen pro Hektar und Jahr unter Idealbedingungen mindestens 30 Tonnen Eiweiß abwerfen, sind es bei der Sojapflanze rund eine Tonne. Bei Weizen nur 0,8 Tonnen und Rindfleisch wirft pro Hektar und Jahr sogar nur 0,16 Tonnen Eiweiß ab. Wären Algen demnach nicht die idealen Eiweißlieferanten für die Ernährung der Weltbevölkerung? Das wäre ja sensationell, gebe ich diese Frage mal weiter. Könnte das Eiweiß der Algen die Weltbevölkerung ernähren? Also meiner Ansicht nach schwerlich. Also zunächst einmal produzieren die Algen wie auch Pflanzen nicht nur Eiweiß, auch Kohlenhydrate und Lipide, die wichtig sind für die Welternährung. Und das Problem ist einfach die Mengen, die man dafür braucht, um solche großen Mengen an Eiweißen zu produzieren. Also da wird man sicherlich in Zukunft nicht vollkommen auf die Algen bauen können. Von welchen Mengen reden wir denn da? Genaue Zahlen kann ich Ihnen da jetzt auch nicht sagen, aber Sie können sich überlegen, wie viele Mengen jetzt zum Beispiel, wenn es um Eiweiße geht, durch Soja produziert wird. Und die gleiche Menge an Biomasse müsste man durch Algen produzieren. Und das bedeutet wiederum, dass man diese Algen entsprechend kultivieren muss oder ernten muss, je nachdem, ob man Marikultur macht im Ozean oder ob man eben in Bioreaktoren arbeitet. Und das sind eben sehr, sehr große Mengen. Und da ist eben auch, sagen wir mal, die Anbaufläche, die man dafür nutzen kann, für die Marikultur zum Beispiel, begrenzt. Ja, bei so einem riesigen Meer. Das Ozean, der kommt einem natürlich sehr groß vor, der ist auch sehr groß, aber man kann natürlich solche Makroalgen zunächst mal nur im Küstenbereich kultivieren. Die setzen sich unten am Boden fest zum Beispiel und würden dann entsprechend nur im dichteren Bereich entsprechend nutzbar sein. Und wenn man in großen Mengen dann dort Algen entnehmen würde, würde man natürlich auch die ganzen Ökosysteme in den Ozean natürlich auch entsprechend in Ungleichgewicht bringen. Und wenn man in diese Richtung denken möchte, welche der Algen, es gibt ja so viele, wie wir vorhin gehört haben, könnte man dafür nehmen? Welche eignen sich überhaupt? Also zunächst mal für die Marikultur, also im Ozean selber sicherlich so Braunalgen, wie wir sie gerade gesehen haben, die relativ groß werden. Tange können bis zu 50 Meter groß werden. Allerdings, wie gesagt, sie wachsen entsprechend langsam und man braucht entsprechend viele Anbauflächen. Alternativ würde man Mikroalgen verwenden. Das sind also zum Beispiel einzellige Algen, die sich sehr schnell teilen, mit denen man viel Biomasse produzieren kann, die dann aber auch entweder in offenen Tümpeln oder Open Ponds, wie man das nennt, kultiviert werden. Das kostet nicht allzu viel Energie, bedeutet aber, dass man nie genau weiß, ob nicht noch was anderes mit reingekommen ist. Oder man geht eben in Bioreaktoren und das bedeutet sehr viel Energieaufwand, um die am Laufen zu halten. Im Film wurde ja gerade eindrucksvoll gezeigt, wie produktiv Algen sein können. Was sind denn die Idealbedingungen, dass die so, also wie wachsen Algen am besten? Sie haben gerade schon gesagt, im Küstenbereich. Also für Makroalgen, wie die Braunalgen zum Beispiel, dann natürlich im Küstenbereich. Für alle anderen Algen, die man zum Beispiel in Bioreaktoren zieht, unter optimalen Bedingungen würde man achten, dass die Temperatur stimmt, dass das Licht stimmt, dass die Nährstoffe stimmen. Und wenn man in offenen Gewässern arbeitet, würde man auch gucken, dass möglichst natürlich auch keine Fraßfeinde auftreten, die dann auch wieder die Algen dezimieren. Also auch Wasserqualität spielt eine Rolle oder sind die relativ robust? Wasserqualität spielt bei vielen Algen gar nicht so sehr eine Rolle, denn häufig könnte man theoretisch auch Abwasser dazu verwenden, weil es entsprechend nervstoffreich ist. Und das wird zum Teil auch eben gemacht, indem man versucht, also wirklich dann Abwasser dafür zu nutzen, um da dann eben entsprechend Algen zu kultivieren. Und trotzdem könnten wir sie essen? Das ist immer das Problem. Ich müsste natürlich davon ausgehen, dass das Abwasser auch sauber genug ist, dass die Algen eben nichts ansammeln, was man dann hinterher nicht drin haben möchte. Aber das ist immer eine Frage, ob brauche ich es für Lebensmittel oder brauche ich es eben für andere Nutzungen, wie Biofuels zum Beispiel, wo man eben dann eben nicht so sehr darauf achten muss. Tja, an einer weiteren sehr interessanten Vision, wozu man möglicherweise Algen nutzen könnte, wird seit einigen Jahren auch geforscht, zum Beispiel an der Hochschule Anhalt. Algen spielen in Köthen eine große Rolle. An der Hochschule Anhalt befindet sich Mitteldeutschlands größtes Algenforschungszentrum. Vor 16 Jahren hat Carola Grill hier angefangen, Algen zu züchten und ihre Bestandteile zu untersuchen. Heute gehört die Biochemikerin weltweit zu den führenden Wissenschaftlerinnen auf diesem Gebiet. Vor allem diese Alge hat es ihr angetan. Das ist ein Scenedasmus-Stamm. Das ist eine sehr schnell wachsende Grünalge. Und diese Alge wird vor allen Dingen untersucht momentan in Richtung Ölgewinnung. Zum Beispiel für Biosprit als regenerative Energiequelle. Denn Algen bestehen neben Eiweiß auch zu 20 Prozent aus Fett. Das Herstellungsverfahren ist bisher sehr aufwendig und teuer. Mit dieser in Köthen entwickelten Algentankstelle verkürzt man den Prozess und macht Zwischenschritte überflüssig. Eines Tages werden unsere Erdölreserven alle sein. Wenn man aber neue Wege geht, wie die Extraktion von Ölen während der Kultivation, dann ist das aus meiner Sicht vorstellbar, dass man da eine Lösung schafft. Das klingt doch eigentlich vielversprechend und nach zukunftsweisender Forschung. Sehen Sie das auch so? Im Prinzip natürlich erstmal ja. Also es sieht ganz toll aus. Man hat eine Alge, die braucht im Endeffekt Licht, die braucht ein bisschen CO2. Und damit kann sie Biomasse produzieren. Und von daher, und viele von diesen Algen machen dann auch noch Öle. Das heißt, wo man dann entsprechend dann theoretisch Benzin draus machen kann oder Gas draus machen kann, das man da nutzen kann. Also von daher ist das erstmal primär ganz toll. Das Problem ist einfach, dass das heutzutage immer noch so energieaufwendig ist. Wir haben das gerade gesehen, diese Kultur in Bioreaktoren, das kostet viel Energie. Man muss sie sauber halten, man muss sie, man muss entsprechend Licht dazu geben. Hinterher die Algen ernten, aufreinigen. Und da verbraucht man einfach noch so sehr viel Energie, sodass es sich bislang noch nicht rechnet. Also das heißt, bislang ist auch noch nicht damit wirklich experimentiert worden. Es gibt noch keinen Bio-Algentreibstoff. Den gibt es eigentlich schon. Also man hat tatsächlich schon vor zehn Jahren ist bereits schon ein Flugzeug mit Algen-Bio-Sprit geflogen. Im Prinzip geht das. Es ist halt nur alles sehr teuer und energieaufwendig. Das ist das Problem. Wie realistisch ist es denn, dass Bio-Sprit eines Tages, wenn man es vielleicht schafft, das eben nicht mehr so energieaufwendig zu produzieren, dass es dann tatsächlich großflächig zum Einsatz kommt? Es ist im Prinzip denkbar, wenn, sagen wir mal, die Wissenschaft da nochmal meiner Schätzung nach 10, 20 Jahre reinsteckt, um das zu optimieren, ist es durchaus denkbar. Momentan bräuchte man, um halt, was weiß ich, den Benzinbedarf von Deutschland zu decken über Bio-Reaktoren, müsste man einmal komplett Schleswig-Holstein mit Bio-Reaktoren zu decken, damit da man ausreichend Masse hat. Die Frage ist, wir kommen natürlich irgendwo auch an eine biologische Grenze. Wie weit können wir Algen soweit optimieren, auch heutzutage genetisch, dass sie dann so optimal produzieren und nicht dann irgendwann das biologische System auch limitierend ist? Da hätte ich natürlich als Schleswig-Holsteiner was dagegen, dass unser Land komplett mit Bio-Reaktoren dicht gepflastert wird. Kommen wir mal zum klimatechnischen Aspekt. Algen binden ja CO2, aber wenn man sie dann wieder verfeuert, würde man ja auch das CO2 wieder freisetzen. Ist das dann nicht eine Nullnummer? Ja, aber eine Nullnummer ist ja eigentlich auch eine tolle Sache, wenn man sich überlegt, dass wir im anderen Fall ja im negativen Bereich sind. Das heißt, was normalerweise ja passiert, ist, dass wir fossile Brennstoffe aus dem Boden holen und verbrennen. Das heißt, sie sind vorher da unten und dann verbrennen wir sie und das CO2 geht in die Luft. Das heißt, es wird immer mehr, was letztendlich den Klimaeffekt ja auch antreibt. Und wenn wir Algen oder Pflanzen ganz genauso verwenden für diese Zwecke, dann binden wir vorher das CO2 über die Photosynthese fest, machen daraus Biomasse. Wenn wir das hinterher wieder verbrennen, bringen wir das CO2 wieder zurück in die Luft. Wir vermindern es nicht, aber zumindest erhöhen wir es nicht im Gegensatz zu den fossilen Brennstoffen. Können denn Algen grundsätzlich so viel CO2 binden, dass es klimarelevant wird oder werden würde, wenn wir sie im großen Stil anbauen würden? Das Problem ist, was wir dann mit der Biomasse machen hinterher. Natürlich könnten Algen so viel CO2 binden, aber wir müssen natürlich diese Biomasse dann so weit weg schaffen, dass sie nicht wieder zum Beispiel durch Bakterien und so weiter wieder an CO2 umgewandelt wird. Also man hat eine ganze Zeit lang daran gearbeitet, zu versuchen, zum Beispiel CO2 in den Boden zu pumpen, um dann dort eben das quasi aus der Welt zu schaffen, in Anführungsstrichen, also tief in den Boden rein. Das stockt momentan so ein bisschen, weil es eben sehr, sehr aufwendig ist und vor allem die Mengen, die man da loswerden würde an CO2, viel geringer sind als das, was man täglich hier produziert und wieder in die Luft bläst. Also von daher würden Algen nur quasi die Zunahme des CO2 verringern können oder als Ersatzstoff gelten, wenn eben keine fossilen Brennstoffe mehr da sind. Apropos Klima, das Klima, dem wir Menschen ja mehr oder weniger unsere Existenz, unser Leben verdanken, das Klima wäre ohne Algen gar nicht so möglich. Planet Erde vor drei Milliarden Jahren. Der dünnen Erdkruste entweichen schweflige, giftige Gase. Von Sauerstoff keine Spur. Die Sonne schimmert durch einen Nebel aus Methan. Leben findet sich nur in der Nähe heißer Quellen. Winzige Organismen nutzen hier energiereiche Stoffe zum Überleben. Doch auf einmal entwickeln sich Bakterien, die das Wasser grün verfärben und die Sonne direkt als Energiequelle anzapfen. Sie nutzen einen biochemischen Prozess, der das Leben auf der Erde grundsätzlich verändert, die Photosynthese. In kleinen Bläschen bilden Bakterien und Algen mithilfe dieses Prozesses Sauerstoff. Sie benötigen außer Licht nur Kohlendioxid und Wasser. Beides ist massenhaft vorhanden, der Siegeszug der grünen Pflanzen nicht aufzuhalten. Aufgrund der Photosynthese verändert sich die Zusammensetzung der gesamten Atmosphäre. Immer mehr Sauerstoff reichert sich an und langsam entsteht so unsere Luft zum Atmen. Also ohne die Photosynthese hätte es unsere Atmosphäre, so wie es sie heute gibt, gar nicht geben können. Zuerst haben wir ja gehört, Bakterien haben Photosynthese betrieben. Herr Kroth, wie muss man sich das vorstellen? Haben die eigenen sich das dann abgeguckt oder wie ist es dazu gekommen? Nein, letztendlich ist also die Sauerstoff bildende Photosynthese die Erfindung überhaupt der Cyanobakterien, die es eben geschafft haben, ein System zu entwickeln mit Licht, Wasser spalten zu können und damit Sauerstoff freizusetzen und gleichzeitig eben CO2 zu binden. Das war vor drei Milliarden Jahren, als das vermutlich losging, natürlich was ganz Besonderes, weil zu dem Zeitpunkt gab es keinen freien Sauerstoff hier auf diesem Planeten, wie Sie schon sagten, also keine Luft zum Atmen, Luft natürlich da, aber kein Sauerstoff. Und die Cyanobakterien haben eben damit angefangen und haben über lange Zeit Sauerstoff produziert, der erst sehr viel später in solchen Mengen sich angesammelt hat, dass das ausreichend vorhanden war, dass dann letztendlich auch Tiere und Menschen entstehen konnten, die ja angewiesen sind auf den Sauerstoff. Und viele Algen, die wir als Algen kennen, haben das quasi geklaut von den Cyanobakterien, indem sie nämlich die Cyanobakterien aufgenommen haben. Das waren also Zellen, die haben dann einfach Cyanobakterien verschluckt und haben die dann versklavt quasi aufgenommen und jetzt machen halt diese ehemaligen Cyanobakterien als Chloroplasten in den Algen die Photosynthese für die Zelle und werden dementsprechend versorgt dann halt von der Zelle. Also ist die Alge sowas wie die Urpflanze auf unserem Planeten? So kann man es sagen, ja. Welche bedeutende Rolle spielen eigentlich Algen in den Ozeanen heute für das Ökosystem? Ganz wichtiges. Da gibt es zum einen natürlich den Punkt, dass die Algen an der Basis der Nahrungskette stehen. Also alle Organismen, die im Ozean leben, leben davon, dass es Algen gibt, die eben dann wiederum Biomasse produzieren mit Hilfe des Lichtes. Aber dann produzieren eben auch alle Algen in den Ozeanen zusammen genauso viel Sauerstoff wie alle Pflanzen an Land, also inklusive des Regenwaldes. Also daran kann man schon sehen, also die Bedeutung der Algen in allen Gewässern ist eben schon ganz herausragend für die Prozesse, die Kreisläufe auf diesem Planeten. Was kann man denn aufgrund des Zustands der Algen in den Ozeanen ablesen? Auch über das Gewässer, über die Qualität der Gewässer? Zum einen gibt es tatsächlich für viele Gewässer, wenn man jetzt zum Beispiel Bäche oder Flüsse anschaut, gibt es Indikatororganismen, an denen man das festmachen kann. Man macht derzeit auch größere Inventuren im Ozean, wo man dann also mit Schiffen rausfährt und sich anschaut, welche Organismen da findet. Das ist ein Traumjob für Wissenschaftler, da werden große Segelboote gemietet und dann fährt man einmal um den Globus, sammelt Wasser, filtriert das Wasser, extrahiert das Erbmaterial daraus und sequenziert das dann alles. Der Vorteil dieser Methode ist, die jetzt am Anfang so ein bisschen brachial erscheint, dass man die Organismen finden kann oder sehen kann zumindest, deren Spuren, die man nicht kultivieren kann. Es gibt nämlich viele Organismen, die zum Beispiel im Ozean sind, wenn ich die da raushole und versuche, die ins Labor zu holen, wachsen die nicht. Das heißt, die sehe ich dann nicht mehr. Und auf die Art und Weise kann man auch diese Organismen finden oder sich eben auch anschauen, welche Organismen kommen gemeinsam in bestimmten Bereichen vor, die möglicherweise dann auch miteinander interagieren. Kann man auch erkennen, inwieweit sich die Weltmeere erwärmen? Anhand der Algen, anhand des Zustands? Ja, der Zustand ändert sich, ja. Also Erwärmung führt häufig auch zur Vermehrung von Algen, wenn entsprechende Nährstoffe vorhanden sind. Die Klimaveränderung hat eine ganz drastische Auswirkung auf die Ozeane. Zum einen ist da die Temperatur, die dafür sorgt, dass eben Organismen Probleme bekommen. Ganz klassisches Beispiel, das große Barrier Reef in Australien, die Korallenriffe, bei denen die Algen, die dort beteiligt sind mit den Polypen, dann diese Interaktionen gestört werden, die dort absterben. Und das andere ist die Versauerung, das heißt mehr CO2 in der Luft bedeutet auch, dass sich also quasi im Wasser sich Kohlensäure bildet und diese Kohlensäure zu der Erniedrigung des pH-Wertes führt. Und das heißt also, der pH-Wert in den Ozeanen sinkt beständig. Und auch das führt bei Organismen zu Problemen, die eine Kalkschale haben. Vielleicht haben sie das Experiment schon mal probiert, indem sie ein Ei in Säure gegeben haben und sich die Eierschale aufgelöst hat. Ganz ähnlich, wenn nicht ganz so drastisch natürlich in den Ozeanen und viel langsamer passiert das aber auch mit vielen Organismen, die Kalkschalen haben in den Ozeanen. Also Algen sind auf jeden Fall vielfältige Überlebenskünstler und wir wollen Ihnen jetzt mal ihre erstaunlichsten Fähigkeiten zeigen. Algen eroberten die Erde vor 3,5 Milliarden Jahren. Sie sind vielgestaltig und allgegenwärtig. Hier unsere Favoriten. Auf Platz 5 die Trockenste. Der Lebensraum der Algen ist eigentlich das Wasser, aber es gibt Ausnahmen. Dazu gehört die Alge Nostoc Flagelliformi. Sie kann sogar in den trockensten Wüsten überleben. In China gilt sie als seltene Köstlichkeit. Auf Platz 4 die coolste. Die Kieselalge Fragilariopsis cylindrus. Sie lebt in einem der extremsten Lebensräume der Erde, im Eis der Polarmeere. Wie sie dort Kälte bis zu minus 30 Grad Celsius überlebt, ist ein Rätsel. Auf Platz 3 die bescheidenste. Die Kalkrotalge gehört zur Gruppe der Coralina Zehe. Ihr gelingt es noch dort zu überleben, wo es stockdunkel ist, in Meerestiefen bis zu 200 Metern. Mit optimierten Lichtantennen schafft sie es, das nicht mehr wahrnehmbare Licht für die Photosynthese zu nutzen. Auf Platz 2 die kleinste. Zu den kleinsten bisher bekannten Algen zählt die Prochlorococcus marinus. Sie misst gerade mal 5 Mikrometer. Das sind 0,005 Millimeter. Im Labor gezüchtet könnten in einem Milliliter, also in 0,001 Liter Wasser, bis zu 10 Milliarden der Mikroalgen Platz finden. Auf Platz 1 die ungewöhnlichste. Sie trägt den Namen Croococcidiopsis. Sie kann fast überall überleben und sogar wachsen. Selbst unter unwirtlichsten Bedingungen setzt sie durch Photosynthese noch Sauerstoff frei. Wissenschaftler sehen in ihr den idealen Organismus, um damit auf unbelebten Himmelskörpern wie dem Mars Atmosphäre zu schaffen und ihn belebbar zu machen. Wirklich erstaunliche Fähigkeiten. Was macht denn die Alge eigentlich so vielseitig und vor allem auch so anpassungsfähig? Jetzt könnte man es sich einfach machen und sagen, die gibt es halt schon so lange. Und deshalb haben sie sich ihre Nischen gesucht, um sich da besonders anzupassen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Der andere Punkt ist, dass natürlich Algen sich über diesen Zeitraum ganz vielfältig entwickeln konnten. Und verschiedene Formen bilden konnten, ob es einzählige oder vielzählige Algen sind. Und weiterhin ist es so, dass Algen häufig auch eben im Gegensatz zu Tieren nicht energielimitierend sind häufig. Also meistens sind die Nährstoffe der limitierende Faktor und nicht die Energie, weil sie kriegen ja Energie durch das Sonnenlicht. Und dementsprechend haben sie da auch schon wieder Vorteile. Haben Sie in den Beispielen, die wir jetzt gerade gesehen haben, auch Ihre Lieblingsalge entdeckt? Naja, spannend sind sie alle. Aber besonders faszinierend finde ich dann vor allem die Kieselalgen. In dem Fall hier die Phragilariopsis, die in den Eismeeren vorkommt. Das ist also eine ganz spannende Geschichte. Die haben unglaubliche Namen. Also das gerade eben, das kann ich nicht wiederholen. Phragilariopsis ist auch nicht so einfach. Günther wäre einfacher. Das wäre viel einfacher, ja. Ich frage jetzt nicht nach dem Grund. Das ist wahrscheinlich nicht sehr spannend. Aber was finden Sie jetzt an dieser Kieselalge so toll? An der speziell ist besonders interessant, dass sie in den Polarmeeren vorkommt. Das heißt, die lebt im Eis, in Spalten. Im Eis findet man die und die kommt da in großen Mengen zum Teil vor. Also wenn man da ein Stück Eis rausholt und umdreht, dann ist es auf der Unterseite ganz bräunlich gefärbt von diesen Algen. Muss ich überlegen. Das sind also Minustemperaturen, wenig Nährstoffe, zum Teil im Eis wenig Licht. Und trotzdem schaffen es die Algen da entsprechend unter diesen widrigen Bedingungen entsprechend zu leben. Und Sie haben die auch mal persönlich kennengelernt sozusagen auf einer Expedition, richtig? Nein, ich war selbst nicht bei einer Expedition dabei. Aber wir haben mit Kollegen zusammen das Genom dieser Alge entschlüsselt. Vielmehr die Kollegen in England haben eben diese Alge isoliert und dann bearbeitet. Und wir haben uns beteiligt, herauszufinden, was es eben Besonderes gibt in diesem Genom, dass man finden kann, was man erklären kann, warum diese Algen so gut angepasst sind. Und gab es da spektakuläre Erkenntnisse? Ja, eins wäre zum Beispiel eben hinsichtlich der Frage, wie die in diesen kalten Temperaturen klarkommen. Weil gefrieren ist natürlich für jede Zelle ein großes Problem. Und diese Algen können sogenannte Antifreeze-Proteine produzieren. Das sind Proteine, die eben dafür sorgen, dass eben innerhalb der Zelle sich kein Eis ausbilden kann oder es verhindert wird. Denn das ist das große Problem beim Gefrieren. Diese Eiskristalle, die in der Zelle entstehen, zerreißen Membranen und damit stirbt dann letztendlich die Zelle. Und wenn man das verhindern kann, dann kann man auch unter diesen Temperaturen im Eis leben. Also das heißt, da ist Hoffnung, da vielleicht etwas zu entdecken, was man möglicherweise auch Menschen mit auf den Weg geben kann, die solchen Temperaturen ausgesetzt sind. Gibt es da schon konkret irgendetwas, wo diese Erkenntnisse in der Forschung eingesetzt wurden? In diesem Fall weiß ich es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es vor allem für Pflanzen interessant sein kann. Wir haben ja gerade jetzt im Frühjahr erlebt, dass durch einen späten Kälteeinbruch noch viele Pflanzen Probleme gekriegt haben, die Knospen und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht da eine Möglichkeit besteht, diese zu schützen durch solche Proteine. Oder wenn du dich früher oder später mal einfrieren lassen möchtest und dann 100 Jahre später man dich wieder auftauen soll. So weit habe ich nicht gedacht. Wo gibt es dann noch Kieselalgen? Wo stoßen wir noch auf Kieselalgen? Eigentlich in allen aquatischen Systemen. Sie gibt es im Süßwasser, sie gibt es in den Ozeanen. Sie kommen eigentlich überall vor. Gerade in den Ozeanen sind es eigentlich die dominanten Algen überhaupt. Also die am meisten vorkommen, die machen ungefähr die Hälfte der Netto-Primärproduktion, also die Photosynthese in den Ozeanen. Das heißt also, jeder fünfte Atemzug Luft, den Sie nehmen, der Sauerstoff da drin, der stammt von Kieselalgen. Toll. Also ein wichtiger Faktor im Ökosystem mehr. Und dazu sehen Sie auch noch wirklich faszinierend aus. Wir haben auf unserer Homepage mal so eine kleine Bildergalerie für Sie vorbereitet. Schauen Sie mal, so sehen Kieselalgen unter dem Mikroskop aus. Woraus bestehen die denn? Die haben eine Zellwand, die besteht aus Silikat. Das ist im Endeffekt amorphes Glas. Also letztendlich ist jeder dieser Zellen in einem kleinen Glaskästchen drin, das dann auch noch ganz apart geformt ist, wie man hier sehen kann. Das ganz Spannende an der Geschichte ist eigentlich, dass diese Strukturen, die man da sieht, genetisch fixiert sind. Das heißt, man kann Arten daran erkennen, wie viele Streifen die jetzt haben, wie viele Löcher die jetzt haben und so weiter. Das heißt, es ist genetisch festgelegt. Und das wiederum bedeutet, dass die Zellen in der Lage sind, gezielt so ein anorganisches Material wie Glas zu bilden und gezielt an bestimmten Stellen in der Zelle abzulagern, damit sich solche Schalen bilden. Ja. Was sieht toll aus, wie so moderne Designs. Gut, ich möchte es jetzt nicht als Tapete haben, aber es sieht schon faszinierend aus, wenn die so eine harte Schale haben. Wie vermehren die sich? Das machen die ganz spannend, indem sie halt im Inneren der Zelle neue Schalen machen und dann werden quasi die beiden alten Schalen auseinandergedrückt. Das entsteht im Inneren neu und die drücken quasi die neue Schale aus der Zelle heraus und die bildet dann die neue Zellwand der Tochterzellen. Und diese Technik ist doch auch für uns interessant, für uns Menschen. Was können wir uns daran abgucken? Von dem Silikat, da gibt es verschiedene Aspekte. Also man hat sich zum Beispiel in der Bionik angeschaut, zum Beispiel bei Autofelgen, wie die Stabilität besonders hinzukriegen ist anhand dieser Form, die man hier gefunden hat. Nun ist Silikat auch ein Material, das ja auch vielfach im Mikro- oder Nanobereich eingesetzt wird. Zum Beispiel Computerchips bestehen aus Silikat und man könnte sich vorstellen, dass man auch eben Mikromotoren oder Nanomotoren hinbekommt, in der Art und Weise, wenn man mal verstanden hat, wie die Algen es schaffen, ganz gezielt solche Mikrostrukturen herzustellen. Also es sind auf jeden Fall ästhetisch sehr schöne Bilder. Klicken Sie mal rein in unsere Bildergalerie, sind noch ein paar mehr da. planet-wissen.de unsere Adresse. Viele Algen sind ja so klein, so mikroskopisch klein, dass sie mit bloßem Auge kaum zu sehen sind, aber ihre Wirkung wiederum kann enorm sein. Elegant und majestätisch wirkt ihr Flug, wunderschön ihr rosa Gefieder. Ein spezielles Farbpigment verleiht den Flamingos ihr charakteristisches Aussehen, ein sogenanntes Carotinoid, das die Flamingos in salzhaltigen Lagunen oder Seen über ihre Nahrung aufnehmen. Die stark rötliche Färbung in diesem Salzsee geht auf so ein Carotinoid zurück. Dieses Pigment wird von der Grünalge Dunaliella Salina produziert. Sie gedeiht hier prächtig und ist die Lieblingsspeise von einem kleinen Salinenkrebs mit Namen Artemia. So kommt auch der kleine Salzkrebs an das Pigment. Er speichert es in seinem Körperpanzer. Die Flamingos am Ende der Nahrungskette filtrieren vor allem Salinenkrebse, aber auch die Grünalge Dunaliella aus salzhaltigem Plankton heraus. Aber was ist das? Warum sind diese Flamingos hier fast weiß? Ah, hier gibt es Nahrungsergänzungsmittel. Künstliches Carotinoid, das Cantaxantin, das wird dem Flamingo-Futter beigemischt. Zu wenig Farbpigment also. Na klar, im Zoo gibt es ja keine Mangroven mit Salzkrebsen und Grünalgen. Beta-Carotin über Paprika oder Karotte im Futter hilft beim Flamingo-Einfärben auch. Aber das ist natürlich alles nichts gegen das Naturpigment der Grünalge Dunaliella. Ja, es sieht natürlich schön aus. Färben Sie sich Ihren Flamingo, wie Sie möchten. Ja, aber es sieht schön aus. Also ich meine, man erwartet natürlich irgendwie so einen roten oder pinkfarbenen Flamingo. Aber ist das jetzt einfach nur schön oder hat dieser Farbstoff auch irgendeine gesunde Wirkung auf die Tiere? Also meines Wissens hat es auf die Flamingos jetzt keine direkte Wirkung. Es hat eine Färbung. Man kennt das ja durchaus auch von kleinen Kindern. Wenn man die mit Möhren füttert am Anfang, dann bekommen die ja auch leicht. Zum Teil eine leicht orangefarbene Gesichtsfärbung. Das ist dann nicht so schön, finde ich. Aber nicht kritisch. Und von daher ist es einfach eine Einlagerung von Karotenoiden. Und das ist erstmal für die Flamingos kein Problem. Aber sicherlich, ich sehe jetzt auch keinen wirklichen Vorteil. Für die Algen ist es, die es produzieren, kann es ein Vorteil sein. Weil häufig solche Karotenoide Schutzpigmente sind gegen zu viel Licht oder UV-Strahlung. Und das heißt, die machen dann viel Karotenoide, die absorbieren das UV-Licht und sorgen dann dafür, dass ihnen das UV-Licht möglichst wenig Schäden dann auch im Genom verursachen. Gibt es denn noch weitere solche Beispiele in der Natur? Auch Lachs zum Beispiel, der ja so eine schöne orange Farbe hat, hat sie vor allem dadurch, dass er eben Algen frisst und dementsprechend dadurch auch Karotenoide aufnimmt. Also auch Zuchtlachs wird dann auch mit Karotenoiden versehen, beziehungsweise auch mit entsprechenden Algen gefüttert, damit er dann auch die entsprechende Farbe hat. Sonst wäre er weiß durchsichtig? Ja, weißlich. Ah ja, okay. Sie haben uns was ganz Interessantes mitgebracht. Das schwimmt hier in diesem Glas herum. Müssen Sie uns erklären, was das genau ist? Sieht aus wie eine grüne Schnecke. Das ist eine grüne Schnecke. Und zwar mit dem netten Namen Elysia. Diese Schnecken sind was ganz Besonderes, weil sie haben es gelernt im Laufe der Evolution offenbar, zeitweilig mal grün zu werden. Das heißt, sie fressen Algen und sie klauen sich quasi aus diesen Algen heraus. Das sind so spezielle Algen, die so schlauchartig sind. Deshalb kann man die besonders gut anzapfen und da saugen die quasi die Chloroplasten rauf. Dämen die auf, werden dann ganz grün, was dann bedeutet, dass sie eben nicht mehr fressen müssen. Das heißt, sie haben jetzt Algen, die für sie, oder Chloroplasten letztendlich, keine Algen, die für sie Photosynthese machen, die sie versorgen. Und dann brauchen diese Algen ein paar Monate nicht mehr zu fressen. Und sobald sie, wenn sie ausreichend Licht genug haben. Und was hat wiederum die Schnecke davon? Die Schnecke davon, die ist zunächst mal auf den ganzen Zeitraum hin nicht auf Nahrung angewiesen. Nee, was hat die Alge davon? Die Alge davon? Ja. Die Alge ist eigentlich hier das Opfer dabei. Denn die Alge wird letztendlich gefressen und die Schnecke nimmt die Chloroplasten auf. Also von daher... Ich dachte jetzt, das sei so eine Art Symbiose, also dass der eine vom anderen profitiert. In dem Fall ist es eine Einbahnstraße. Das ist wirklich keine Symbiose, sondern wirklich Nahrungsaufnahme. Normalerweise würden Schnecken die gefressenen Algen eben verdauen und als Nahrung verwenden. Und diese nehmen halt die Chloroplasten auf, werden grün und machen Photosynthese. Das heißt, wenn die jetzt nichts mehr zu fressen kriegt, die Schnecke, muss sie a wieder häufiger fressen und sie wird durchsichtig oder weiß? Wenn man ihr die entsprechende Alge vorenthält und wegnimmt quasi, dann wird sie sich wieder ausbleichen. Denn die Chloroplasten sind nur eine bestimmte Zeit lang haltbar, weil es einfach nur Organellen und keine eigenständigen Zellen sind. Und dann wird sie wieder bleich werden und sich ganz normal ernähren müssen, wie alle anderen Schnecken auch. Das klingt wie zur Arbeit gehen würde. Wo findet man denn solche Schneckis, außer bei Ihnen im Labor? Die findet man in Mariensystemen, also zumeist an der Küste von Amerika kann man die finden. Die speziellen stammen jetzt aus dem Mittelmeer. Ist ja irre, habe ich noch nie gesehen. Nee. Kein Haus und nix. Nee. Fantastisch. Gut, also Algen können aber auch, und damit sind wir bei einem anderen Thema, zu einer richtigen Plage werden. Vor allem, wenn sie als so riesengroßer Teppich Küstenregionen heimsuchen. Mai 2016. Seit Wochen bietet sich an vielen Küstenabschnitten im Süden Chiles dieses Bild. Ein Massensterben von Fischen, verzweifelte Fischer, die um ihre Existenz fürchten. Eine rot gefärbte Brandung, hervorgerufen durch giftige Algen. Sie entziehen dem Wasser Sauerstoff. Außerdem sonnen die Algen ein lähmendes Gift ab, sagen Wissenschaftler. Das Klimaphänomen El Niño sei für diese rote Flut verantwortlich, wegen der gestiegenen Wassertemperaturen. Das, die Veränderungen der Ströme im Ozean, die Veränderungen der Windzirkulation haben ideale Voraussetzungen geschaffen, damit sich die Algen hier im Meer entsprechend ausbreiten konnten. Eine Katastrophe für Meerestiere und Wasservögel. In den vergangenen Monaten hat sich an vielen Strandabschnitten Chiles dieses Drama abgespielt. Auch große Meeressäuger sind dem zum Opfer gefallen. Hunderte Wale sollen im Süden Chiles verendet sein. Also das ist ja wirklich dramatisch. Kommen denn solche, ja, also Algenplagen solchen Ausmaßes häufiger vor? Oder waren das jetzt besonders ungünstige Umstände in Chile? Also die kommen durchaus häufiger mal vor. Das nennt man dann Algenblüten, wenn solche Algen in großen Mengen auftreten. Das ist immer dann der Fall, wenn es höhere Temperaturen gibt, wenn nährstoffreiches Wasser angespült wird. Das kann auch auf dem Ozean sein, dass Tiefenwasser nach oben gespült wird. Was dann dazu führt, dass eben diese Algen sich explosionsartig vermehren. Das ist an sich jetzt erstmal noch nicht so ein Problem. Aber wenn dann noch dazu kommt, dass es sich eben um solche Algen handelt, die auch noch Toxine produzieren, die sie dann freigeben, dann kann es eben zu solchen Effekten kommen, dass eben es zu starken Vergiftungen kommt und eben tote Fische. Also das ist natürlich dramatisch jetzt für die Tiere. Aber inwiefern kann es dann auch wieder für den Menschen gefährlich werden? Für den Menschen wird es immer dann gefährlich, wenn, also er würde jetzt, niemand von uns würde jetzt da hingehen, sich da einen Fisch rausholen und auf den Grill legen. Aber es würde, es kann akkumulieren, vor allem in Muscheln zum Beispiel, die solche Toxine aufnehmen, aber die nicht beeinflusst werden von den Toxinen. Also denen machen die Toxine nichts. Das heißt, die fressen diese Algen, nehmen die Toxine auf, akkumulieren die, es werden immer mehr. Und wenn wir dann diese Muscheln zu uns nehmen, dann können es tatsächlich zu Vergiftungserscheinungen kommen. Und dann müssen ganze Muschelbänke gesperrt werden zum Beispiel. Also das wird aber dann schon kontrolliert? In den entsprechenden gefährdeten Bereichen kontrolliert man das regelmäßig, indem man eben das Wasser prüft und eben schaut, ob sich dort bestimmte Algen stark vermehren. Und wenn der Fall ist, dann wird tatsächlich dieser Bereich gesperrt. Dann darf man da zum Beispiel eben von den Muschelbänken nichts entnehmen, um eben zu vermeiden, dass es eben zu solchen Vergiftungserscheinungen kommt. Lässt sich denn diese Gefahr der Algenblüte voraussagen? Oder ist man da am Erdstehenden, alle Damen sind völlig überrascht, wie konnte es dazu kommen? Ja, man versucht es natürlich vorauszusagen. Man versucht natürlich ein bisschen zu gucken, wie ist das Klima, wie sind die Temperaturen, wo haben wir Strömungen, die vielleicht eben auch solche Nährstoffe eben nach oben treiben, um dann eben hier solche Algenblüten auszulösen. Man hört auch immer wieder, also in Chile haben wir ja das Beispiel gerade gesehen, in der Bretagne von solchen Teppichen oder vor der Bretagne. Gleiches Problem oder wodurch kommt das? Nicht das gleiche Problem. Das, was wir gerade gesehen, das waren so Mikroalgen, die dann eben solche Toxine bilden, was man in der Bretagne hat, aber auch was in China häufig auftritt, sind solche Massenprodukte von Makroalgen. Das heißt, Algen, die dann halt eigentlich sich im Wasser befinden, aber losgerissen werden und sich in großen Mengen vermehren und dann eben sich quasi am Strand stapeln. Das ist natürlich das, was man gerne nicht sehen möchte, wenn man einen Badeurlaub macht und was dann natürlich sehr ärgerlich ist. Und die bleiben da, die werden dann angespült am Strand und die trocknen natürlich und fangen an zu gammeln. Und das ist natürlich dann unangenehm, aber jetzt nicht direkt gefährlich. Wir haben ja auch diese Bilder im Kopf, wo dann große Bagger diese Algenteppiche dann abtransportieren. Was kann man überhaupt dagegen tun? Kann man sich in irgendeiner Form dagegen wehren? Diese großen Algenvorkommen im Küstenbereich haben häufig auch was damit zu tun mit Eintrag von Nährstoffen, zum Beispiel durch die Landwirtschaft oder eben durch ungeklärte Abwässer, die in Flüsse gehen, die dann in das Wasser reinkommen. Das kann häufig dazu führen, dass dann tatsächlich so viele Nährstoffe vorhanden sind, dass die Algen quasi explosionsartig sich vermehren, vor allem natürlich im Sommer, wenn es dann entsprechend warm ist. Das kann man nur vermeiden, indem man wirklich versucht, eben diesen Eintrag so gering wie möglich zu halten. Dann kommen wir jetzt mal von der großen weiten Welt, von der großen Natur in die kleine Natur. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen zu Hause ein Aquarium. Auch da kennen wir ja dieses Algenwachstum oder das Bilden von Algen. Was kann man dagegen machen? Also erstmal vorbeugen. Also ich glaube, jeder Aquarianer weiß, dass man da möglichst mit dem Futter vorsichtig sein soll. Denn das ist genau das Problem, wenn man zu viel Futter, entweder zu viel Fische drin hat oder zu viel Futter auch drin hat, bringt man Nährstoffe ein, was natürlich das Wachstum fördert. Und wenn ich einen Wettbewerb mache und ein Wettrennen zwischen den Pflanzen, die man da drin hat, die sehr schön aussehen und den einzelnen Algen, die auch da drin sind, dann gewinnt immer die Alge. Das heißt, letztendlich bedeutet das, man muss eben in der Hinsicht vorsichtig sein. Und wenn man einmal so einen Algenbewuchs drin hat, dass die Scheibe von innen so grün ist, dass man also die Fische drin nicht mehr sieht, dann hilft eigentlich nur auszuhäumen und versuchen, alles rauszuspülen und dann wieder von vorne anzufangen. Welche Erklärung gibt es eigentlich dafür, dass dann immer die Alge gewinnt? Also warum kann die mit den Nährstoffen sich so unendlich häufig reproduzieren und andere Pflanzen können das nicht? Das hat was auch mit der Einzähligkeit vieler Algen zu tun, die eben hier betroffen sind. Das sind häufig einzählige Blaualgen oder Grünalgen. Die teilen sich einfach sehr häufig. Das heißt, eine einzelne Zelle kann sich viel schneller teilen und vermehren, als es jetzt eine Pflanze zum Beispiel kann, eine vielzählige Pflanze. Und deshalb schaffen die es einfach, sind die einfach schneller. Wenn ich mir jetzt meine eigene Alge zu Hause züchten kann, um sie meinetwegen morgens unter Müsli zu mischen oder was auch immer, geht das? Kann man das einfach tun? Im Prinzip ja. Das kann man natürlich machen. Aber das Problem ist natürlich, dass ich nach einer Weile, wenn ich zum Beispiel eine einzelige Alge kultiviere, eine Klamide Monas zum Beispiel, eine Grünalge, weiß ich nach einer Weile auch nicht mehr, was da noch vielleicht noch so an Bakterien und so weiter rumschirmt. Das heißt, wenn man zu Hause ein steriles Labor in der Küche hat, dann kann man das sicherlich machen. Ansonsten würde ich das lieber sein lassen. Also wenn man vielleicht an der Küste lebt, da wäre es die Möglichkeit, dann morgens mal eben rauszugehen, ein bisschen Makroalgen, Braunalgen zu holen und die kann man sich dann jetzt müßlich nehmen. Da braucht man sich keine Gedanken machen. Da kenne ich durchaus Leute bei mir in der Nähe, in der Nähe von Kiel, an der Ostsee, wie das tun. Nein, auf keinen Fall. So, jetzt gehen wir mal zum Bodensee, denn der hatte auch mal ein Algenproblem, nämlich bevor er so sauber wurde, wie er heute ist. Massenhaft Algen und Abfall. Über Industrie, Landwirtschaft und Waschmittel gelangte unerführlich Phosphat in den Bodensee. Ein Bad im schwäbischen Meer war String verboten. Die schmutzige Brühe sorgte für Schlagzeilen. Phosphat wirkte wie ein Dünger, ließ die Algen blühen. Der Sauerstoffgehalt des Wassers sank rapide ab. So kippte der Bodensee schließlich um. Seitdem aber Kläranlagen rund um den See das Abwasser reinigen, wird das Wasser immer sauberer. Es gibt gesetzliche Grenzwerte, die die Phosphateinleitung regeln. Heute hat der Bodensee wieder seinen Urzustand als nährstoffarme Alpensee erreicht. Tja, wie lange hat man da denn bedenkenlos die Abwässer eingeleitet? Oder wann hat man umgedacht und hat gesagt, so geht es nicht weiter. Eigentlich ging das schon um die 1920 los, als die Stadt immer größer wurde. Und dann nochmal einen Schub in 1950, als es phosphathaltige Waschmittel gab, die dann zum Teil ungeklärt im Bodensee gelandet sind und damit eben den Phosphatgehalt nach oben getrieben haben. Das ging dann bis 1980 ungefähr. Man hat sich bis dahin dann überlegt, dass es gerade, man hat ja die Effekte gesehen von dem Phosphat, was dann passiert, eben diese Algenblüten, dass man die Abwässer wirklich geklärt hat. Das heißt, man hat aktiv das Phosphat und auch Nitrat herausgefällt und bevor man es wieder zurückgeleitet hat. Man ist heute wieder so weit, dass also der Phosphatgehalt im See praktisch dem entspricht, den man auch 1950 hatte. Das heißt, man ist wieder so weit runter, wie er ursprünglich auch mal war. Also hat man nur die Abwässer, die reingegangen sind, gereinigt oder hat man auch andere Maßnahmen noch ergriffen, um den Ausgangszustand wieder herzustellen? Das war eigentlich die Hauptmaßnahme, dass man wirklich die Abwässer gereinigt hat, die reingegangen sind und auf die Art und Weise den Phosphatgehalt dann wieder nach unten drücken konnte. Und genau das hat eben dann bewirkt, dass letztendlich dieser hohe Nährstoffgehalt des Sees wieder zurückgegangen ist. Und wie lange hat das gedauert, bis man wieder ein erträgliches Maß erreicht hat? Das hat sicherlich an die 20 Jahre gedauert, bis man da wieder heruntergekommen ist letztendlich. Es gibt immer noch relativ viel Phosphat im Sediment, da ist es aber einigermaßen gebunden. Von daher macht das eben in dem Sinne keine Probleme. Aber das Wasser ist jetzt wieder so sauber, wie es mal ursprünglich war. Darüber müssten sich die Bodenseefischer ja ganz schön freuen, oder? Tun sie gerade nicht, das ist das Problem. Denn ein sauberer See bedeutet natürlich wenig Algen und dementsprechend wenig Futter für die Fische. Das heißt, die Bodenseefische sind natürlich überhaupt nicht glücklich darüber, dass der Nährstoffgehalt so niedrig ist. Weil es einfach, die Fische werden letztendlich immer kleiner. Waren sie in den 80er, 90er Jahren richtig schön fett, sind sie jetzt eben entsprechend klein, weil wenig Nährstoff vorhanden ist. Gibt es dann Überlegungen, möglicherweise doch wieder mehr Abwässer da einzuleiten, damit wieder mehr Algen kommen und die Fische was zu fressen haben? Also Abwässer sicherlich nicht. Aber es gibt tatsächlich immer wieder Vorschläge, den Fossatgehalt künstlich wieder etwas zu erhöhen. Das ist richtig. Man muss das mit sehr viel, meiner Ansicht nach, mit sehr viel Vorsicht genießen, weil der Bodensee natürlich in dem jetzigen Zustand, er ist ein Trinkwasserspeicher für 4,5 Millionen Menschen. Das geht bis hinter Stuttgart, bis nach Heilbronnrauf wird das Wasser gepumpt. Auch als Naherholungsgebiet oder auch Fernerholungsgebiet im beidesten Sinne besonders wichtig ist. Und wenn wir jetzt wirklich anfangen, da entsprechend wieder den Phosphatgehalt zu erhöhen, werden wahrscheinlich wieder Probleme kommen, die man früher hatte. Ein wichtiges Problem könnte zum Beispiel sein, dass giftige Cyanobakterien, die man in nährstoffarmen Gewässern, wie der Boden sie jetzt ist, normalerweise eben nicht findet, dann wieder zurückkommen könnten. Sodass dann auch möglicherweise auch wieder das Trinkwasser gefährdet wäre. Können wir uns da beruhig zurücklehnen, weil es genügend Auflagen gibt, die das verhindern? Ja, es gibt eine ganze Reihe von Auflagen. Es gibt natürlich EU-Aufvorgaben, die quasi festlegen, dass der Status quo, der jetzt erreicht ist, eigentlich nicht geändert werden darf. Außerdem gibt es noch eine internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee, die IKGB, die also wirklich sowohl die deutschen, die österreichischen schweizerischen und die lichtensteinerischen Interessen dann auch vertreten und auch die Haltung hat, dass man all dies möglichst jetzt nicht an dieser Schraube dreht. Also ich gehe mal davon aus, dass es da vor Ort ganz schön viele Diskussionen gibt. Zwei Lager wahrscheinlich, pro und contra. Also die Fischer gegen den Rest der Welt. Das ist natürlich verständlich. Für die Fischer ist es natürlich eine Existenzgrundlage. Das ist ganz klar. Aber die Wissenschaftler beschäftigen sich auch intensiv mit, gerade an der Universität Konstanz, intensiv mit der Frage, wie der See sich verändert, nachdem er also über diesen starken Nährstoffanstieg wieder zurückgeführt wurde auf den ursprünglichen Bereich. Es kommen verschiedene Aspekte hinein. Es ist zum Beispiel so, dass die Fällchen, die Fische sind eigentlich, für die der Bodensee bekannt ist, die ihre Eier in ganz tiefen Bereichen legen des Sees. Und wenn der Nährstoffanteil wieder steigen würde, dann würde der Bereich, wo wenig Sauerstoff ist, nach oben kommen, letztendlich. Und diese Eier könnten dann unter Umständen nicht überleben. Das hätte direkt einen Effekt natürlich auch auf die Fische selbst. Und es hat was zu tun mit der Klimaveränderung, die wir momentan haben. Die Winter werden einfach wärmer. Und der See ist halt sehr tief. Und der mischt sich einmal nur im Jahr, wenn oben die Temperatur und die untere Temperatur gleich niedrig sind, dann mischt er sich einmal im Jahr durch und dann kommt Sauerstoff nach unten und Nährstoff nach oben. Das ist das, was man haben möchte. Wir hatten aber schon Winter in den letzten Jahren, die waren so warm, dass es eben nicht mehr zu einer durchmischung gekommen ist. Das heißt, es kommt kein frischer Sauerstoff nach unten. Ein See in dem jetzigen Zustand kann das verkraften, einen Winter lang. Aber ein See 1980, der hätte das nicht verkraftet. Wir kommen mal wieder zurück zu unseren Algen im Zusammenhang mit Umweltschutz. Es soll da einige Ansätze geben, mit Ihrer Hilfe etwas für diesen, also für den Umweltschutz zu tun. Wobei, müssen Sie jetzt mal selber beurteilen, ist es richtig oder falsch, was wir Ihnen da erzählen? In der Bretagne gibt es viele Algen und Plastikmüll wie in allen Meeren. Etwa 500 Jahre dauert es, bis herkömmliches Plastik abgebaut ist. Das brachte einen Ingenieur auf eine Idee. Aus Algen Kunststoff machen, das wär's. Und zwar Kunststoff, der sich zu 100 Prozent abbaut. Der Ingenieur machte sich ans Werk und experimentierte viele Jahre lang. Bis er schließlich Erfolg hatte. Das Ergebnis ist ein Biokunststoff auf Algenbasis, der vollständig kompostierbar ist. Aus dem Algen Kunststoff lassen sich zum Beispiel Verpackungen für Lebensmittel machen. Oder Brillengestelle. Oder Strandspielzeug. Richtig oder falsch? Tja, was meinen Sie? Haben wir Ihnen Bären aufgebunden oder gibt es das wirklich? Ich löse es auf. Es gibt es wirklich. Dieser Ingenieur heißt Remy Lukas und der hat 2010 sogar ein Start-up gegründet, hat sich seine Erfindung patentieren lassen und sogar einige Preise dafür gewonnen. Also es war wahr. Herr Professor Kroth, es gibt ja viele Ansätze, biologisch abbaubare Kunststoffe zu entwickeln. Warum eignet sich jetzt die Alge Ihrer Meinung nach da vielleicht besonders? Na ja, also das Prinzip, was da angewandt wurde, dass man also wirklich das ganze Algenmaterial verwendet von Makroalgen, also vor allem hier die Kohlenhydrate und die dann eben chemisch so umwandelt, dass man dann Kunststoff draus bekommt, kennt man auch schon von Pflanzenmaterialien. Aber natürlich wäre das mit einer Alge natürlich von daher von Vorteil, weil man da eben im Gegensatz zu Pflanzenmaterialien nicht mit Nahrungsmittelproduktion konkurrieren muss. Das hat immer den Vorteil. Also wir haben ja jetzt über vieles gesprochen, was die Algen ja zu ganz wertvollen und besonderen Lebewesen macht. Haben wir noch irgendein Potenzial nicht erwähnt in dieser Sendung? Also ich denke, wir haben einen ganz breiten Bogen jetzt geschlagen um verschiedene Aspekte der Algen und ich denke, damit haben wir alles gesagt, was wichtig war. Sehr gut. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, klicken Sie sich ins Netz, planet-wissen.de. Da finden Sie nochmal alles zu diesem Thema, können sich vor allem noch mal die Schönheit von Algen in unserer Bildergalerie angucken und denken Sie an unsere Facebook-Umfrage. Wann sind Sie mal mit Algen in Kontakt gekommen? Haben Sie möglicherweise leckere Algenrezepte, die wir noch nicht kennen und die wir nicht erwähnt haben? Dann her damit. Ja, da bin ich sehr interessiert dran. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns und Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.